In Informationswaffen gibt es dreierlei Arten. Und zwar ist es einmal das Weltbild, was ein Mensch bekommt im Laufe seiner Erziehung oder seiner Bildung. Also das Weltbild, mit dem er letztendlich die Dinge, die er im Leben erlebt, verarbeitet, bewertet, vergleicht, daraus Rückschlüsse zieht und letztendlich auch Entscheidungen trifft und handelt. Das ist ein Weltbild. Dann haben wir das Geschichtsbild. Da hast du ja auch jetzt nochmal auf mein Seminar verwiesen. Das Geschichtsbild ist insofern wichtig, weil wenn wir unsere Herkunftsgeschichte nicht kennen, wie sollen wir dann aus der Geschichte wirkliche Lehren ziehen? Wir haben es heute, wenn man sich damit ernsthaft beschäftigt, tatsächlich mit einer Verfälschung unserer Herkunftsgeschichte zu tun. Das ist aus meiner Sicht sogar eine der größten Lügen, mit denen wir es zu tun haben heutzutage. Denn wenn du die Herkunft der Menschen verfälscht oder verdrehst, dann hast du eine unglaubliche Macht auch über die Menschen. Das heißt also, wir haben es heute natürlich auch mit der Chronologiefälschung zu tun. Das heißt, die geschichtlichen Abläufe der Vergangenheit wurden auch teilweise erdichtet. Da haben wir auch schon eine ausführliche Folge dazu gemacht. Und dann haben wir noch die dritte Informationswaffe. Und das ist, sage ich mal, eine bestimmte Art von Ideologie. Das kann eine religiöse Ideologie sein. Das kann eine politische Ideologie sein. Das können Glaubenssysteme sein, also religiöse Glaubenssysteme. Das können die sogenannte Naturwissenschaft sein. Das ist ja auch nur ein Glaubenssystem. Das konnten wir in den letzten vier Jahren sehr gut sehen. Das hat mit Wissenschaft in dem Sinne nichts zu tun. Das ist mehr ein Glaubenssystem gewesen. Und diejenigen, die da nicht dran geglaubt haben, die wurden dann sozusagen wie ein Ketzer behandelt. Und letztendlich bilden diese Informationswaffen, denen Menschen ausgesetzt sind und die die Menschen halt auch prägen, eine Art von kollektives Informationsfeld. Man spricht im Russischen von sogenannten Egregoren. Wir Menschen sind an diese Egregoren angedockt auf eine bestimmte Art und Weise. Und Egregoren, Informationsfelder sind im Grunde alles, mit dem wir es zu tun haben. Das können bestimmte Verhaltenskodexe sein. Es kann ein bestimmter Sprach- und Kulturraum sein. Es kann ein bestimmter Verein sein, eine bestimmte Ideologie sein, womit Menschen sich identifizieren. Und das Verrückte ist ja, wenn wir das nicht erkennen, füttern wir diese Informationsfelder immer wieder aufs Neue. Das heißt, wir erschaffen auf diese Art und Weise eine Art von Matrix. Und ich sehe soweit, dass ich sage, wir leben in einer Trauma- und Lügenmatrix, die uns im Prinzip ständig aufs Neue selbst versklavt. Vielen Dank.